Rosa Luxemburg. Sie ist über 100 Jahre tot und vor anderthalb Jahrhunderten geboren worden. Trotzdem verwechseln wir sie nicht mit Radio Luxemburg, trotzdem kennen wir sie. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sich eine der großen parteinahen Stiftungen nach ihr ihr zu ehren benannt hat, die Rosa Luxemburg Stiftung. Im Übrigen auch die einzige Stiftung, die sich nach einer Frau benannt hat. Aber wer war Rosa Luxemburg? Es gibt im Grunde drei große Bilder oder Klischees über diese Frau. Das erste ist eine Wahrnehmung, die vor allem im linken bürgerlichen Feminismus präsent ist, also die in einer vor allem von Männern gemachten großen Geschichte sie als eine geschichtswirksame Frau erkennt. Rosa Luxemburg, die schon im 19. Jahrhundert sich in Nationalökonomie promovierte. Rosa Luxemburg, die eine Führerin der Arbeiterpartei, der größten Arbeiterpartei seinerzeit der Welt gewesen ist, die Geschichte machte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen, Litauen, in Russland. In dieser Darstellung und in dieser Wahrnehmung erscheint Rosa Luxemburg zusammen mit ihrer Gang von wilden Frauen, Clara Zetkin, Mathilde Jakob, Luise Kautsky als eine Ikone eben von Frauen, die selbstbewusst waren, die intelligent waren, die sich etwas trauten. Man ist dann sehr schnell bei der Hand auch mit einem bekannten Kalenderspruch von ihr, demzufolge die Freiheit immer auch die Freiheit der Andersdenkenden meint. Dieser Satz allerdings hätte, so Dietmar Dart an einer Stelle, auch von George Orwell oder Robert Havemann oder auch von Sir Karl Popper gesagt werden können. Und diese meinten natürlich mit Freiheit sehr unterschiedliche Dinge. Zitat Dietmar Dart, eine Freiheit, die den Fabrikerben vor der Enteignung oder die bewaffneten Abteilungen des kapitalistischen Staates vor der Entwaffnung schützen soll, hätte Rosa Luxemburg gewiss nicht verteidigenswert gefunden. Ein anderes Bild von Rosa Luxemburg ist das, was man aus dem Eurokommunismus bis hin zur linken Sozialdemokratie kennt. Rosa Luxemburg, die große Menschenfreundin, die die Menschheit so sehr liebte, so sehr wie sie auch Vögel und Orchideen liebte, die herzzerreißende und hinreißende Liebesbriefe schreiben konnte, Briefe aus dem Gefängnis und die wenig Verständnis gehabt haben soll für die Oktoberrevolution, für Lenin und den Leninismus, den Bolschewismus und den Staatssozialismus. Aus dieser Perspektive, der Perspektive des Marxismus, Leninismus, aber der Ideologie des zum Staat gewordenen Sozialismus, war der Vorwurf des Luxemburgismus immer schwerwiegend. Damit verbunden war die Vorstellung einer halbanarchistischen Romantisierung der Massen, einer Revolutionsmystik, wie Sinofiev einmal sagte, einer Spontaneitätsmystik. Besonders sexistische Gedanken konnten aus ihrem historischen Materialismus, ihrer Denkbewegung, einen hysterischen Materialismus machen. Wer war also Rosa Luxemburg und jenseits dieser Klischees, was macht sie aus, warum sollten wir uns mit ihr heute beschäftigen? Rudow Winkel hatte mal recht, als er sagte, dass niemand so sehr verzerrt und auch missbraucht worden sei in der Geschichte des sozialistischen Denkens. Und Claudio Pozzolli hatte recht, als er in den 70er Jahren einmal sagte, Rosa Luxemburg sei zweimal ermordet worden. Einmal durch die Sozialdemokratie und die Konterrevolution, dann aber durch den Stalinismus. Allerdings mit Rosa Luxemburg verband sich seit dieser Zeit, seit den 70er und 80er Jahren und darüber hinaus, immer auch die Hoffnung auf eine Erneuerung des Marxismus in seiner Krise der 70er Jahre. Die Hoffnung war, dass Rosa Luxemburg einen dritten, einen demokratischen Weg zum Sozialismus verkörpere, jenseits sowohl der Illusionen, der Reformillusionen, der Sozialdemokratie und jenseits, aber auch des Bolschewismus und Staatssozialismus und seiner trotz aller Errungenschaften Fehler, die am Ende zu seinem Scheitern und seiner Niederlage führten. In der Geschichte des sozialistischen und marxistischen Denkens erfüllt Rosa Luxemburg eigentlich eine paradoxe oder scheinbar paradoxe Doppelfunktion. Nach dem Tod von Friedrich Engels 1895 sah sie sich in der Rolle am linken Flügel der Partei stehend, der Verteidigerin der Revolution des marxischen Erbes von Theorie und Praxis gegen die Revisionismusversuche von Eduard Bernstein, Konrad Schmidt und anderen niedergelegt in ihrer 1899 geschriebenen Schrift Sozialreform oder Revolution. Zum anderen aber führte dieses Festhalten am marxischen Erbe keineswegs zu Dogmatismus oder Orthodoxie, denn sie war eine der kreativsten und originellsten Denkerinnen und Weiterentwicklerinnen des marxistischen Denkens, immer auch ausgehend davon, dass das marxische Werk unvollendet geblieben ist, dass Marx insbesondere kein Buch über Weltmarkt und Staat hinterlassen hat und viele, nicht nur Rosa Luxemburg, versuchten eben diese Lücken zu füllen. Die Erneuerung und Weiterentwicklung des marxistischen Denkens ist also bei Luxemburg vor allem in zwei Bereichen zu sehen. Zum einen in Bezug auf die Theorie der praktischen Veränderung der Gesellschaft, also im Bereich einer Handlungstheorie, einer Revolutionstheorie und einer Parteitheorie. Dafür ist insbesondere die 1906 erschienene Schrift Massenstreik, Partei und Gewerkschaften zu nennen, aber auch viele kleinere Schriften. Und zum anderen die Analyse des Strukturrahmens für dieses revolutionäre Handeln, dass sie insbesondere in ihrem Hauptwerk die Akkumulation des Kapitals zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus geschrieben und publiziert am Vorabend des Ersten Weltkrieges 1913. Rosa Luxemburgs Imperialismustheorie diente als Grundlage für die Erneuerung der Theorie des globalen Kapitalismus, das heißt zum Verständnis unserer heutigen Welt. David Harvey oder auch Klaus Dörre mit seinem Landnahmetherorien haben enge Anschlüsse an Rosa Luxemburgs Akkumulation des Kapitals. Mit ihr kann man begreifen, wie Kapital ständig neue soziale Räume braucht und diese Räume Land nehmen muss. Das heißt also, mit ihr konnte man historisch verstehen, warum es den Kolonialismus gab. Man kann aber auch heute verstehen, warum anlagesuchendes Kapital Räume Land nehmen muss, die vorher nicht kapitalistisch organisiert waren. Und somit kann man sich mithilfe von Luxemburg durchaus auch erklären, was heute an Privatisierung und Teilprivatisierung von Telekommunikation, Rente, Gesundheit, Bildung oder auch der Wasserversorgung passiert. Kurzum, wer die Welt von heute verstehen will, kommt an Luxemburg nicht vorbei. Wer die Welt verändern will, kommt auch an Luxemburg nicht vorbei. Und wir wissen ja, mit Erich Fried gesprochen. Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Denn klar ist ja auch, grundlegend verändert werden muss diese Welt. Angesichts der Klimakatastrophe und des Raubbaus an der Natur. Angesichts von Armut, grassierender Ungleichheit und Unsicherheit. Angesichts der Krise vom sozialen Zusammenhalt und der Demokratie. Angesichts von fortwährender Geschlechterungleichheit und patriarchaler Unterdrückung. Angesichts der Krise einer Weltordnung mit einer absteigenden Supermacht USA, einem aufsteigenden China und einer realen Kriegsgefahr. Und auch angesichts der Pandemie, in der wir heute leben. Luxemburg war zweifellos eine der bedeutendsten Intellektuellen ihrer Zeit und ihre Schriften sind für heute hochgradig relevant. Sie war aber gleichzeitig eine Praktikerin und glühende Revolutionärin. Sie wollte schon wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber nicht um der bloßen schöngeistigen Beschäftigung, nicht weil sie Recht haben studiert hatte, nicht weil sie eine Hochschulkarriere anstrebte, sondern um die Welt, die ihr nicht gefiel, an der ihr Ausbeutung und Unterdrückung, aber auch Naturzerstörung missfiel, besser verändern zu können. Sie lebte also die marxische Einheit von Theorie und Praxis. Luxemburgs Denken war parteiisch mit den Ausgebeuteten und Unterdrückten und sie stellte es in den Dienst der ArbeiterInnenbewegung, für deren Parteihochschule sie arbeitete und an deren linken Flügel sie aktiv war. Der zeitgenössische marxistische Denker Leopanisch hat einmal gesagt, wenn Luxemburg oder auch Lenin Hochschulprofessuren hätten bekommen können, hätte es die Oktoberrevolution womöglich gar nicht gegeben. Als Revolutionärin war Luxemburg praktisch und konsequent. Sie stand für ihre Ideale ein, den Opfermut, den sie sich wünschte von den kämpfenden Arbeiterinnen und Arbeitern. Sie lebte ihn selber vor. Sie bezahlte für ihre Überzeugung und ihre Aufrufe das fürchterliche Morden im Ersten Weltkrieg zu beenden, mit jahrelangen Gefängnisaufenthalten und am Ende auch mit ihrem Leben. Als die Revolution, die sie sich wünschte, tatsächlich kam, wurde sie von einem Bündnis aus dem rechten Flügel ihrer eigenen Partei mit dem Militär und der Großindustrie am Ende ermordet. Ein Übergangspräsident vom rechten Flügel ihrer eigenen Partei verschwor sich mit der Industrie und dem Militär und paktierte mit faschistischen Milizen. Rosa Luxemburg war fest davon überzeugt, dass die Welt, die sie analysierte, ganz grundlegend geändert werden müsste, dass man radikal sein müsse, an die Wurzel gehend, an die Wurzel des Problems, den Kapitalismus. Sie machte sich keine Illusionen über die Reformierbarkeit des Kapitalismus. Sie glaubte nicht an seine Reformierbarkeit, sondern wollte den Kapitalismus ersetzen durch eine sozialistische Wirtschafts- und Eigentumsordnung. Den Sozialismus verstand Rosa Luxemburg als die Verwirklichung eines alten Menschheitstraums. Sie definierte ihn als Intensiven Traum einer von freien und gleichberechtigten Menschen geschaffenen Gesellschaft. In der sozialistischen Wirtschaft fällt der Unternehmer mit seiner Peitsche weg. Die Arbeiter sind hier freie und gleiche Menschen, die zum eigenen Wohl und Nutzen arbeiten. Eine Wirtschaftsform, die zugleich Weltform und in sich ein harmonisches System ist, weil sie nicht auf die Akkumulation, sondern auf die Befriedigung der Lebensbedürfnisse der arbeitenden Menschheit durch die Entfaltung aller Produktivkräfte der Welt gerichtet sein wird. Unter Sozialismus verstand Luxemburg nicht wie Eduard Bernstein einfach nur eine Bewegung, sondern ein alternatives Wirtschaftssystem. Es sollten vor allem die Großbetriebe sozialisiert werden. Rosa Luxemburg schreibt, wenn die Produktion den Zweck haben soll, allen ein menschenwürdiges Leben zu sichern, allen reichlich Nahrung, Kleidung und sonstige kulturelle Existenzmittel zu liefern, dann muss die Ergiebigkeit der Arbeit eine viel größere sein als heute. Die Äcker müssen eine viel höhere Ernte liefern, in den Fabriken muss die höchste Technik angewendet werden, von den Kohlen- und Erzgruben müssen nur die allerergiebigsten ausgebeutet werden und so weiter. Daraus folgt, dass die Sozialisierung sich vor allem auf die Großbetriebe in der Industrie und Landwirtschaft erstrecken wird. Dem Kleinbauern und dem Kleinhandwerker, die sich mit eigener Arbeit auf ihrem Stückchen Land oder in ihrer Werkstatt durchschlagen, brauchen und wollen wir ihr bisschen Besitz nicht wegnehmen. Sie alle werden schon mit der Zeit freiwillig zu uns kommen und die Vorzüge des Sozialismus vor dem Privateigentum einsehen lernen. Sozialismus also nach Luxemburg war nicht, wie Sigmar Gabriel einmal über die Linkspartei sagte, die Sozialisierung, die Verstaatlichung aller Betriebe, die größer sind als eine Pommesbude. Luxemburg glaubte nicht, wie der rechte Parteiflügel um Eduard Bernstein, dass man so einfach in die Revolution schlittern könne in den Sozialismus, dass es einfach auf dem Wege des Parlaments gehen könne. Geschichtsbewusst wie sie war, erinnerte sie sich an historische Revolutionen und glaubte, dass diese auch weiterhin geschichtlich aktuell blieben. Das heißt im Übrigen nicht, dass Luxemburg gegen Reformen eingestellt gewesen sei. Rosa Luxemburg war nur davon überzeugt, dass Reformen Übergangsprogramme sein müssten, dass der Sinn und Zweck von Reformen sei, dass sie die Bedingungen, die Kampfbedingungen für die arbeitenden Klassen verbessern würden im Kampf um den Sozialismus. Rosa Luxemburg nannte das revolutionäre Realpolitik. Sie war in der Lage, Tagesziel und Endziel zu unterscheiden und beides nicht aus dem Blick zu verlieren. Dem rechten Parteiflügel allerdings warf sie vor. Diese ganze Theorie läuft praktisch auf nichts anderes als auf den Rat hinaus, die soziale Umwälzung, das Endziel der Sozialdemokratie, aufzugeben, die Sozialreform umgekehrt aus einem Mittel des Klassenkampfes zu seinem Zwecke zu machen. Bernstein selbst hat am treffendsten und am schärfsten seine Ansicht formuliert, indem er schrieb, das Endziel, was es immer sei, ist mir nichts. Die Bewegung ist alles. Aber wollen allein reicht natürlich nicht. Man muss es auch können. Von dem Wort können stammt das Wort Kunst, also die Kunst der Politik. Wie also dachte sich Rosa Luxemburg den praktischen Weg zum Sozialismus? Rosa Luxemburg glaubte an die Revolution. Sie glaubte an den spontanen Aufstand. Sie war aber zugleich keine Anarchistin. Sie glaubte nicht, dass spontane, führerlose Aufstände den Weg in den Sozialismus bahnen würden. Und sie war auch nicht zu überzeugen von der Auffassung, dass es automatisch direkt einen Weg in den Kommunismus oder in die Anarchie geben könnte, ohne die Eroberung der politischen Macht, ohne den Staat. Die staatenlose Gesellschaft würde eine Revolution und einen Staat die Eroberung der Macht erfordern. In diesem Sinne war Luxemburg durchaus typische Denkerin der Vorkriegsozialdemokratie. Sie dachte in den Parametern Gewerkschaft, Gewerkschaftsbewegung, Partei. Sie bedachte zwischen den Aktionsfeldern Betrieb, Parlament und Straße. Innerhalb dieser Denkbewegung aber etablierte sie einen genuinen Beitrag in der marxistischen Denkweise über Partei, Revolution und Staat. Und es ist dieser Beitrag, der sie durchaus zu einem Gegenpol von sowohl Karl Kautsky als auch Lenin macht. Und eine Alternative dazu ist tatsächlich nötig. Eine Alternative sowohl zu den Erfahrungen des Staatssozialismus mit seinen Verbrechen und trotz aller Errungenschaften Fehlern, die zu seinem Zusammenbruch und seiner Niederlage führten. Und zum anderen aber auch eine Alternative zu einer Sozialdemokratie, die historisch versagte. Die versagte 1914, den Weltkrieg, wie sie es eigentlich wollte, zu verhindern. Die 1918 versagte, die Revolution anzuführen, die von den Massen gewollt wurde, von der bereiten Bevölkerung. Die 1933 auch versagte, in einem Generalstreik den Faschismus zu verhindern. Die sich 1959 von einer Klassen in eine Volkspartei verwandelte und nach 1989 in einen neoliberalen technokratischen Apparat. Von daher ist es sinnvoll, über einen dritten Weg nachzudenken. Und Rosa Luxemburg hat hierfür einen genuinen Beitrag zur marxistischen Partei Revolutions- und Staatstheorie gebracht. Sie machte denen vor dem Hintergrund besondere historische Erfahrungen, nämlich der russischen Revolution von 1905, in dem es zu spontanen Massenaktionen kam, die sie von der Bedeutung einer eruptiven revolutionären Energie überzeugte. Sie sah in den Massenaktionen, im Massenstreik in der russischen Revolution von 1905 eine neue Kampfmethode, die über die bürgerlichen Revolution und über den parlamentarischen Sozialismus hinausging. Luxemburg war davon überzeugt, dass solche Massenaktionen ein Stein sind, der einmal ins Rollen gebracht worden, nicht mehr zu stoppen sei. Nicht aus Vorliebe für revolutionäre Romantik, sondern aus bitterer historischer Notwendigkeit müssten die sozialistischen Parteien dauernd auf gewaltsame Zusammenstöße gefasst sein. Und wenn wir durch die parlamentarische wie jede andere Tätigkeit die Köpfe revolutionieren, so geschieht es damit schließlich im Notfall die Revolution aus den Köpfen in die Fäuste hinuntersteigt. Luxemburg war wie gesagt keine Anarchistin oder Anarchosyndikalistin. Sie war davon überzeugt, dass es Organisationen brauchte, um solche spontanen Massenaktionen und Revolutionen zum Sieg zu verhelfen und den Weg zum Sozialismus zu bahnen. Ohne Organisation kann die Arbeiterklasse nicht lange aktionsfähig sein. Aber frischer Kampfgeist, entschlossener Wille und grenzenloser Opfermut für die Ideale des Sozialismus sind jene Eigenschaften, ohne die der schönste Organisationsapparat wertloser Plunder und totes Gewicht am Bein der proletarischen Masse ist. Kurzum aus der Erfahrung der russischen Revolution von 1905 entwickelt Rosa Luxemburg eine Kritik dessen, was sie den nur Parlamentarismus der sozialistischen Politik nennt. Rosa Luxemburg wollte die Revolution nicht aufgeben, wie die Partei Rechte um Eduard Bernstein, und sie wollte auf die Revolution auch nicht warten, bis sie kommt, wie das Parteizentrum um Karl Kautsky. Sie wollte eine Partei, die dazu beiträgt, die Revolution anzustoßen und wenn sie läuft, zu führen. Aber Rosa Luxemburg machte unmissverständlich klar, als die Revolution dann tatsächlich 1918-19 kam, dass es eine schlagkräftige Organisation braucht. Anlässlich der Gründung der KPD am 1. Januar 1919 schreibt sie, es bräuchte einen ganz anderen Grad der politischen Reife, Schulung, Zähigkeit, wie sie in der ersten anfänglichen Phase genügten. Es gilt nunmehr, anstelle der revolutionären Stimmung, die unbeugsame revolutionäre Überzeugung, anstelle des Spontanen, das Systematische zu setzen. Es gilt, das Arbeiter- und Soldatenräte-System aus einer Improvisation der Stunde zu jenem ehernen Panzer zu machen, der dem Proletariat alle öffentliche Macht der Gesellschaft sichert. Luxemburg ging es also um das Reiten des Tigers, um das Surfen der Welle. Luxemburg wollte nicht die Erziehung der Arbeiter zum Massenstreik, sondern die Erziehung der Sozialdemokratie zur politischen Offensive. Das heißt mit anderen Worten, sie kehrte eigentlich das Verhältnis von oben und unten, von Partei und Bewegung um oder betrachtete es zumindest als ein dialektisches Verhältnis. Die Sozialdemokratie war ursprünglich in ihrer Transformations- und Revolutionsvorstellung ausgegangen von der großen Tradition der Französischen Revolution 1789, der 1848er Revolution und der Pariser Kommune 1871, die August der Volksstaats bezeichnet hatte und gepriesen hatte zum Schrecken der großen Konservativen und Liberalen. Rosa Luxemburg kritisierte aber jetzt, dass die Sozialdemokratie sich zu stark von diesem Revolutionserbe verabschiedet hatte zugunsten des parlamentarischen Weges zum Sozialismus. Die Parlamentarisierung des Sozialismus hatte zweifellos einen Hintergrund. Es war zum einen die Angst vor erneuten Repressalien wie das Sozialistengesetz von 1878 bis 1890. Es war zum anderen auch der besondere Erfolg, also die Zunahme, der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg der sozialistischen Bewegung über die Parlamente, über die Wahlen. Und schließlich war es eben auch Friedrich Engels Testament oder Erbe, in dem er letzten Endes sagte, solange es keinen Weltkrieg gibt, wird dieser Aufstieg unaufhaltsam sein und zumindest die Illusion näherte, als könne der Sozialismus auf parlamentarischem Wege eingeführt werden, als sei die Revolution nicht mehr zeitgemäß. Rosa Luxemburgs Kritik des Parlamentarismus hat letztlich drei Erkenntnisse geschaffen. Sie zeigte oder war überzeugt, dass eben diese Parlamentarisierung auch passiviert und letzten Endes entdemokratisiert, zumindest die Geschicke der Politik einer Parteielite überlässt und nicht auf die Massen setzt. Sie wandte sich damit letztlich gegen ein doppelten Etatismus in der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung. Zum einen den Etatismus der Sozialdemokratie, zum anderen aber auch der Etatismus, der den Bolschewismus kennzeichnete. Luxemburgs zweite Erkenntnis war, dass der Parlamentarismus aber auch entradikalisiert. Sie war der festen Überzeugung, dass die Bourgeoisie es niemals zulassen würde, dass man über eine Mehrheit den Sozialismus einführen könnte und dass die Bourgeoisie auch immer auf Gewalt zurückgreifen würde, um einen solchen Weg zu verhindern. Dass aber nur die organisierte Arbeiterschaft und Militanz des Volkes verhindern könne, dass die Sozialdemokratie parlamentarisch enthauptet werden würde. Davon war sie überzeugt. Luxemburg stellte damit die Logik des Parlamentarismus auf den Kopf. Sie kritisierte die hausbackende Weisheit aus der parlamentarischen Kinderstube, der zufolge man nur mit Mehrheiten Politik machen könne. Die wirkliche Dialektik der Revolution stellt diese parlamentarische Maulwurfsweisheit auf den Kopf. Nicht durch Mehrheit zur revolutionären Taktik, sondern durch die revolutionäre Taktik zur Mehrheit geht der Weg. Nur eine Partei, die zu führen, das heißt vorwärts zu treiben, versteht. Er wirbt im Sturm die Anhängerschaft. Dabei führte Rosa Luxemburg explizit die Bolschewiki als Verwirklichung dieser Erkenntnis an. Die Bolschewiki hätten mit der Parole alle Macht den Arbeitern und Proletariern die Situation erkannt und ihre Partei über Nacht zur absoluten Herrin der Situation gemacht. Luxemburg war sich völlig im Klaren, dass spontane Massenerhebungen, revolutionäre Aufstände auch mit Irrationalismus einhergehen, mit Verschwörungstheorien. Denken wir an Le Grand Peur im Vorfeld der französischen Revolution. Aber sie fragte, wer ist eigentlich fehleranfälliger? Die Massen, wenn sie einmal aufstehen oder die Parteiführung? Und Rosa Luxemburg argumentierte, nicht selten ist es die Parteiführung. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges, 1913, das heißt vor dem größten historischen Versagen der Sozialdemokratie, schreibt sie, Und wenn auch in der Revolution von 1848, wenn in der Pariser Kommune Fehler und Dummheiten gemacht wurden, werden denn von unseren Führern nicht häufig genug Dummheiten gemacht? Nur weil es eine Sozialdemokratie gibt und eine Arbeiterpartei, heißt es natürlich nicht, dass sie keine Fehler machen kann. Sowohl Masse als auch Führung können Fehler machen. Davon war Rosa Luxemburg überzeugt und wollte, dass wir den Massen, wenn sie aufstehen, vertrauen. Zu einem großen politischen Kampfe, der ein Stück Geschichte machen soll, darf man die Arbeitermassen nicht führen, wie der Tierbändiger wilde Bestien vorführt, hinter eisernem Gitter und mit Pistolen und Schutzstangen in der Hand. Das Ungestüme der unorganisierten Massen ist uns in großen Kämpfen überhaupt viel weniger gefährlich als die Haltlosigkeit der Führer. Was Luxemburg schrieb, war weise und voraussichtlich, sie sollte geschichtlich Recht behalten. Als der Krieg dann tatsächlich kam, versagten die internationalen sozialdemokratischen Parteien, ihn zu verhindern, wie sie es sich noch 1907 auf dem Stuttgarter Kongress geschworen hatten. Und als die Revolution kam, versagten sie nochmal. Der Krieg wurde beendet durch die spontane Massenaktion der Soldaten in Wilhelmshaven, in Kiel. Und es waren die Massen, die den Krieg in eine Revolution verwandelten und die die Sozialdemokratische Partei und die USPD und die KPD eigentlich überrollten und sie zu Getriebenen der Geschichte machten. Rosa Luxemburg wollte, dass wir den Massen vertrauen. Rosa Luxemburgs Schriften sind also letztlich ein Plädoyer für das Ungestüme, das Ungehubelte. Die Revolution, die sie sich vorstellte, war nicht eine Revolution der politisch Korrekten oder derer, die jetzt schon das hundertprozentig richtige Bewusstsein haben und die richtige Sprache. Man könnte sogar die Frage stellen, ob Rosa Luxemburg nicht aus Selbstbewusstsein heraus gesagt hätte, dass man sich als Linke an fragwürdigen Bewegungen beteiligen sollte, um sie nach links zu ziehen, um sie von links zu überzeugen, denken wir an den Friedenswinter oder gar die Hygienedemos. Es ist nichts natürlicher, als dass in Zeiten der Revolution die politische Erregung und Ergriffenheit sich in lauten Formen äußert. Mögen rote Köpfe nicht das höchste Produkt der politischen Erziehung eines Volkes sein, so sind sie doch ein Höheres als die halbgeschlossenen Lieder des alten und verdienten Parteigenossen, der am Zahlabend in den Geschäftsbericht des vorgesetzten Parteisekretärs selig hineinschlummert. Also nach Luxemburg war es eigentlich die Aufgabe, den himmelsstürmenden Willen der Massen in die richtigen Bahnen zu lenken, wie sie an einer Stelle schreibt. Luxemburg vertraute also den Massen letztlich mehr als dem Parteiapparat. Und sie richtete sich gegen den zweierlei Etatismus in der Arbeiterbewegung, also den sozialdemokratischen Kautzkeanismus und den bolschewistischen Leninismus. Sie wollte Aktivierung statt Passivierung, Selbstregierung statt Fremdregierung. Aber sie tat es nicht, weil sie, was sie tatsächlich war, eine glühende Egalitaristin, eine glühende Gleichheitsverfechterin und glühende Demokratin gewesen ist, sondern sie war auch davon überzeugt, dass ohne diese Selbstregierung, ohne diese Selbstorganisation der Weg zum Sozialismus nicht funktionieren kann. Sie hatte diese Haltung also, weil die Revolution nicht ohne organisierte Massenaktion möglich ist, erstens. Zweitens, weil die Revolution die sozialistischen Menschen überhaupt erst schafft. Sie griff damit den marxischen Gedanken auf, dass die Revolution die revolutionäre Selbst schafft. Eine amerikanische Arbeiterführerin hat mal gesagt, dass die Beschäftigten mindestens einmal alle zwei Jahre streiken müssten, um sich ihrer eigenen Kraft zu vergegenwärtigen. Wir kennen das sicherlich oder wer einmal in politischen Bewegungen drin war, weiß, dass wenn man plötzlich vor vielen Leuten sprechen musste, dass das Sprechen dann langsam leichter fällt. Dass, wenn man in politischen Bewegungen aktiv ist, man unglaublich viel in unglaublich kurzer Zeit lernt. Darauf vertraute Rosa Luxemburg und sie war überzeugt, dass diese Menschen nötig sind, um sozialistisch zu leben und zu arbeiten. Rosa Luxemburg schreibt, Der Arbeiter der sozialistischen Wirtschaft muss zeigen, dass er auch ohne die Hungerpeitsche, ohne den Kapitalisten und seinen Antreiber hinter dem Rücken fleißig und ordentlich arbeiten, Disziplin halten und sein Bestes leisten kann. Wir brauchen aber nicht etwa Jahrhunderte oder Jahrzehnte zu warten, bis ein solches Geschlecht von Menschen heranwachsen. Indem wir tüchtige Kämpfer der heutigen Revolution werben, schaffen wir künftige sozialistische Arbeiter, wie sie als Grundlage einer neuen Ordnung sein müssen. Rosa Luxemburg war also davon überzeugt, dass die Selbstorganisation der Massen erforderlich sind, damit tatsächlich in den Worten von Lenin die Köchin den Staat regieren kann. Dass also die Massen in der Lage sind, ihre eigenen Geschicke selbst zu lenken. Es gibt aber auch noch einen dritten Grund, der darüber hinausgeht. Sie war davon überzeugt, dass die Zukunft des Sozialismus davon abhängt, von dieser Selbstorganisation. Das Negative, den Abbau, kann man anordnen. Den Aufbau, das Positive nicht. Neuland, tausend Probleme. Nur Erfahrung ist imstande zu korrigieren und neue Wege zu öffnen. Nur ungehemmtes, schäumendes Leben verfällt auf tausend neue Formen. Improvisationen, erhält schöpferische Kraft, korrigiert selbst Fehlgriffe. Rosa Luxemburg war also davon überzeugt, dass Innovation, gesellschaftliche Entwicklung, Fortschritt, demokratische Planung letzten Endes von dieser Beteiligung der Massen abhängt. Dass also Sozialismus heißt, sich vom Etatismus sowohl der Sozialdemokratie als auch des Leninismus zu verabschieden, der eben bedeuten würde, dass sehr wohlwollende, sehr kluge, sehr fähige Menschen versuchen, alles für die Arbeiter zu tun, aber eben zu wenig durch die Arbeiter. Und die Geschichte des Realsozialismus zeigt eben auch, dass die Arbeiter am Ende ihr Volkseigentum nicht als solches erkannten und es zu verteidigen willens waren, zumindest nicht in der Mehrheit. Rosa Luxemburg war also davon überzeugt, dass die Demokratie und der Sozialismus Hand in Hand gehen würden. Sie war überzeugt, dass natürlich die kapitalistische Klasse alle in ihrer Macht stehenden Mittel einsetzen würde, inklusive Repression und Gewalt, um ihr Eigentum an den Produktionsmitteln zu behalten und dass natürlich diese Macht des Kapitals zu brechen sei. Sie glaubte aber auch, dass es möglich sein würde, Mehrheiten hinter sich zu versammeln und dass deswegen die Demokratie nicht erst nach dem Aufbau des Sozialismus wieder eingeführt würde, sondern ein Mittel im Aufbau des Sozialismus selbst sein könnte. Diese Diskussion wird immer weiter fortgesetzt und sie wird mit Rosa Luxemburg verknüpft. Die Revolution, die Rosa Luxemburg gewollt hatte und die sie erlebt hatte, die dazu führte, dass sie ermordet werden würde, den Tod schon vor Augen, die Verfolgung durch die faschistischen Milizen im Auftrag der sozialdemokratischen Übergangsregierung im Kopf, schreibt sie ihren eierletzten Text. Und in der allerletzten Passage dieses Textes erschienen in der roten Fahne, heißt es Ordnung herrscht in Berlin, ihr stumpfen Schergen, eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe errichten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden, ich war, ich bin, ich werde sein. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.